Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Lampe tut, was sie soll. Schönes Farbspiel nach Kommando auf der FB. Aber, sie speichert nicht den letzten Status. Nach Einschalten mit den Lampenschalter muss man immer wieder per FB die Lampe einschalten und das Programm wählen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.